Nakel! Du siehst schon wieder auf der Soff herum. Ich heißt ihn... und das wir lernen dürfen. Tschöööööööööööööööööööööööööööööw hurts das Papa. eh allianceslos, welcher ist dir denn so um Anhänger? Was heißt da bitte? Mei pill! Vater und Sohn sind anders. Der eine liegt eben auf der Soff und der Sohn steht wohl in der Soff. Der Opa sehe ich. Das macht bei mir eineаздung. Ich hab früher auch viel geboxt Und im Turnfall war ich auch ein Auge. Ja, ein Fäscherathlet war der Opa. Ich gehe zum Sport und nehme mir aus. Wie meint ihr das? Na gut, ich zeige euch. Gib mir die Fernbedienung. Ich wechsle jetzt auf Extern 2, denn da hängt die Spielkonsult an. Schwuppdiwupp, ich zeige euch um und schloss einmal da beim Workout.